in meinen augen ich weiß nämlich nicht wer war vorher da war der dämon da oder war waren die menschen da und daher entscheide ich mich für das nein und ich glaube damit entscheide ich mich wirklich für eine richtung was must have misheard that right what all right that was the last straw that demons dead but you're gonna go first who do you think you owe it to being able to eat every day huh hunters that won't kill demons ain't fit to breathe our air you're gonna be dog chow wenn er wenn er so schon ankommt dann bin ich froh dass ich diese entscheidung nicht getan habe ich weiß gerade nicht ich mach das mal okay vergiften geht anscheinend nicht wo das war ein lucky probiere mich gerade ein bisschen aus mit feuer und ah da ist doch die schwäche natürlich habe ich so ein viech auch aber ich mach erstmal das hier he 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 so und zack wir haben natürlich mehrere die so eine fähigkeit haben so mal kurz hallen das war glücklich dass der eine gemisst hat dann dann wenn mich echt gespannt wie das weitergeht ich glaube der 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 demon hat dann dieses dieses ammolett oder ich hätte jetzt gedacht dass er jetzt die dass er jetzt die pille nimmt und sich in den diemen verwandelt die pillen Die superiorität oder die inferiorität zwischen der Erde und deinem Kind. Auf Wiedersehen. Wir haben Aaron nicht gewollt, um Koebiko zu töten? Wir sind nicht nur die Situation in diesem Weltkrieg durch solche Aktionen? Ähm... Entweder, der Dämon ist weg, also ich kann ein Lid auf diesen, richtig? Herzlichen Glückwunsch auf der Quest! Wir haben mich getötet von einem Hunter und einen unschuldigen Dämon haben wir beschützt. Also haben wir eigentlich das Gute gemacht, denn sonst hätten wir mich einen unschuldigen Dämon getötet. Und denn... Ja... Dann wäre natürlich das Böse, hätte sich einen Namen gemacht. Denn die hätten natürlich sozusagen gesiegt in der Situation. Na, was hast du denn jetzt Schönes gelernt? Megatron Press. Medium-Physik-Deck. Es ist natürlich nicht schlecht. Ich behalte mal... Ich behalte mal... Ich behalte mal trotzdem den Blyde noch. Denn... Denn Blyde ist nämlich günstiger. Den kannst du wegnehmen. Yes. Blyde ist nämlich günstiger. So, jetzt haben wir den... Den Talisman. Blyde ist günstiger. Und falls ich das doch nochmal brauchen sollte, kann ich das dann müssen. Wir haben eigentlich einen unschuldigen Dämon gerettet und einen bösen Hunter bestraft. Und jetzt verändert sich natürlich die Umgebung. Oder auch nicht. Ist hier noch was? Okay. Keiner ist... Gestorben. Also kein... Kein... Unschuldiger ist gestorben, sag ich mal. Und damit sollte man zufrieden sein. Jetzt möchte ich mal die neue Attacke sehen. Ach, ich bin ja level ab. Stimmt. Na ja, gut. So, jetzt zeigen wir mal eine schöne Animation. Ja. Ist in Ordnung. Natürlich kann man die Animation nicht so richtig geil machen auf dem 3DS. Daher... Sehen die halt so komisch aus. Also jetzt nicht so... So ganz cool, dass halt so 3D Kamera sich dreht und so weiter. Das finde ich halt natürlich schade. Das war bei Nizu Vascoi natürlich besser. Aber... Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass die Leistung, die so ein kleines Ding hier erbringen muss, natürlich nicht so hoch ist wie bei einer Playstation 2. Beziehungsweise dürfte das sogar jetzt schon höher sein. Ich hoffe, dass ich richtig laufe. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Natürlich kommst du mir von der Seite angesprungen. Aber ich glaube, es ist schon der richtige Weg. Aber Blyde kostet halt einfach... Ist halt noch günstiger und ähm... Oh, schön. Ich bin schon wieder kurz vor dem Niesen. Das ist so schrecklich. Haha, ausgetrickst. Ich glaube, ich hätte auch den anderen Weg lang gehen können. Aber naja. Ja, die wollen alle diese Pille nehmen irgendwie. Hm. Aber irgendwie... Das ist auch nicht... Ich weiß nicht. Das ist einfach eine Flucht aus der Realität. Man sollte es mit seinen eigenen Kräften schaffen und nicht mit Hilfsmitteln. Ich wollte mir noch die Shainsaw anschauen. Fällt mir gerade ein. Nee. Equip. So. Die Shainsaw ist natürlich besser. Ich habe eine Chance, den Gegner K.O. zu machen. Okay. Ich habe eine Chance, den Gegner K.O. zu machen. Okay. Das... 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 Das ich immer so viel Zeug habe, ne? Aber das... Das ist so... 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 Das ist... Das ist... Das ist schrecklich. Das man einfach nicht so viel bekommt. Und... So, habe ich jetzt eine neue Quest? Ich weiß zwar natürlich ungefähr, wo ich jetzt hin muss. So... Das hat mir übrigens immer noch keiner gesagt, wozu hier diese Listen sind. Ich werde das als eine neue Quest auf dem Lied. Vielleicht werden dadurch neue Quests vorgeschaltet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich hier ein bisschen was von? Das ist richtig. Ja. Ja. Na dann. Hier. Gib mir irgendwas zum Verkaufen, bitte. Ja. Kannst du noch was haben? Das ist richtig. Oh, das war das Falsche. Das war das Falsche. Jetzt habe ich hier irgendwas bekommen. Oder auch nicht. Das war doch nicht das Falsche. Ja. 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 Mach ruhig. Ups. Ah. Cool. Na dann. Hopp. Ach. War so klar. Als hätte ich das nicht geahnt. Das ändert sich, oder? Die Belohnung. Kann das sein? Dass sich die Belohnung geändert hat? Das kann doch... Oder nicht? Da ist der... Da ist der zum Wendigo geworden. Nee, da ändert sich nicht. Ja. Das ist richtig. Ey, hier. Nimm ruhig. Vielleicht lohnt sich das bei den anderen Händlern... Beziehungsweise bei den anderen Huntern abzugeben. Aber... Naja. Hier gibt es nur Müll. Also hier gibt es bloß... Equipment. Ne, komm. Wir geben es noch ein bisschen was ab hier. Es gibt ja ein bisschen EP. Und so weiter. Das ist ganz gut. Wer ist denn jetzt Wendigo? 25. Naja. Ja. Das ist natürlich alles nicht so geil. Ja, hier bitte. Na denn. So, jetzt gucken wir uns mal die neuen Quest an. Die interessieren mich gerade ein bisschen. Und dann schauen wir mal, was... Das dürfte jetzt neu gemacht werden. Nee, das haben wir schon. Ach so. So. Wir müssen aber da jetzt hin, ne? Hm. Egal. So. Wir haben eine neue Quest. Und zwar das hier. Da müssen wir... Irgendwen töten. Haben wir nur eine Quest neu? Ja. Anscheinend. Ich habe das hier immer noch nicht gemacht, ne? Ich habe so einige Quests noch nicht gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch ein Dingsbums kommt. Ein richtig böser Dämon. Dämon. Aber... Da werden wir noch ein bisschen... Warten. Kurz mal zum Video. Willkommen. Zu der Kathedrale der Schäden. Wo die Dämonen kämen. Was machst du? So. Wir haben jetzt alle überschrieben. Ah. Scheiße. Wir haben den Wendigo überschrieben, ne? Den alten. Shit. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt den Wendigo überschrieben. Das war natürlich nicht so geil. Frost Ace. Wollen wir den... Wollen wir den echt machen mal? Wollen wir den echt machen mal? Das Plasma. Dass das Bild ständig weg ist. Ich hoffe, man sieht es nicht in der Aufnahme. Das ist nämlich ziemlich nervig, wenn es immer weg ist. Also ich hoffe, dass es nicht zu Komplikationen kommt. So. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ah, den hatten wir auch schon. Na gut. Gut. Wir wollen ja nicht so lange da rumfuschen. So. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier trotzdem mal Schluss. Wir haben jetzt sozusagen zwei Folgen so ein bisschen aufgenommen. Und... Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Denn es sind ja zwei Folgen. Ich... Ja, am Mittwoch sehen wir uns dann wieder mit einer aktuellen Folge. Und dann sage ich mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht delayed ist. Jetzt dadurch, dass mein Bildschirm ausgegangen ist. Zweimal. Und ich bin gespannt. Also, bis bald. Tschüss. welta daily, bis bald. Wie sonst? Bei uns geht's. Wie sonst wird es getan, who ist ganz schön...